Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Beschränktheit 1. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir werden jetzt erklären, was mit einer beschränkten Folge gemeint ist. Eine Folge mit Folgengliedern xn heißt beschränkt, wenn es zwei Zahlen gibt, a und b, so dass a kleiner gleich xn kleiner gleich b ist. Für alle n größer gleich 1. Dann liegen natürlich alle Folgenglieder im geschlossenen Intervall von a nach b und wir nennen die Zahl a auch eine untere Schranke und die Zahl b eine obere Schranke der Folge.